hallo freunde ja jetzt heute ist ja der 31.12. ja und ich will aber jetzt auch danke sagen dass ihr dieses jahr ja dieses jahr mir recht viel feedback zurückgegeben habt also die meisten kommentare waren gut die anderen kommentare eh noch weniger gut ja und ich hoffe einfach dass wir jetzt einfach den ersten sehr besser machen können wie gesagt ich will jetzt einfach noch danke sagen alle ist egal wem auch die wo zwischen noch meine videos schauen aber danke noch mal und ich hoffe dass wir im ersten jahr recht viel sachen machen können ja und es ist ja dieses jahr auch genau das mit dem let's play und alles ist gefallen das finde ich gut und wir haben ja dieses jahr sind ein paar let's plays gekommen und auch gegangen ja ich will einfach nochmal noch danke sagen für alles ihr seid ein ihr seid super zuschauer einen tolle ihr seid wirklich toll ja wir hoffen dass ich euch nächstes jahr wieder sehe also viel spaß noch geniesst noch silvesta feiert ja bis dann und ciao